Mein Name ist Tim Brüggemann und ich begrüße Sie im Bereich der Weiterbildung an der Fachhochschule des Mittelstands. Sie befinden sich im Beruf und wollen sich höher qualifizieren? Sie wollen sich spezifische Themen erarbeiten oder Ihr Berufsprofil schärfen? Dann sind Sie bei uns im Bereich der Weiterbildung genau richtig. Wir bieten Ihnen Tagungen, Seminare und Zertifikatslehrgänge, in denen Sie sich aktuelle Themen erarbeiten können und das Ganze als Weiterbildung auf Hochschulniveau. Das bedeutet für Sie die Ausweisung von ECTS, die Sie im gesamten europäischen Hochschulraum anrechnen lassen können, bei erfolgreichem Abschluss ein Hochschulzertifikat und flexible Starts das ganze Jahr über. Und sollte für Sie mal nicht das passende Angebot oder passende Thema dabei sein, sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Inhouse-spezifisches Angebot.